ja hallo und herzlich willkommen zurück bei youtube was leid so Prozent weiter geht's und zwar ich suche jetzt die Kalle der haut mal wieder ab Kalle bleibt mal hier ach man Kalle so Prozent machen wir wieder ein Video so Prozent zwei nehmen wir mal das aber es war vielleicht nicht mehr so der Börner aber egal 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 weiter Sam du machst dann auch mal gleich eins Video und zwar dieses hier Arbeitsplatz zwei und wir schauen mal schnelle wir sind hier unten gehen wir mal schnell hoch wir schauen mal schneller wegen ein neues Game wir sehen was wir so schönes in Angebot haben Einkaufen so schauen wir mal fünf Sterne zwei zweiten Mai ist ja eigentlich komm ich mal so übel wir kaufen das mal so kaufen ne kaufen hin geht oh oh geht doch schon mal kaputt äh Info reparieren und das Game ist da ok ok so dann können wir ja gleich mal das Daygame äh äh gleich mal ein Video rausbringen ne so Arbeitsplatz eins fortsetzen so dann schauen wir mal da machen wir eine winkende Begrüßung äh ja fängt schon mal gut an äh Spielintro unlustiger Kommentar dann machen wir eine lustige Kritik oder ne was stand der jetzt da ach na ok äh interaktiver Ladebildschirm losgekommen da warum nicht naja ok dann eben nicht also äh da will Kritik gewinnen und der ist er ein Ausschnitt man immer nicht die richtigen Karten dabei ne äh ja warum nicht hm ok so ein fröhlicher Äußerung dann nehmen wir einen fehlstöschen Kommentar und dann ein Fall schrei äh Hauptmenü sarkastischer Kommentar nicht hm dann eben nicht sarkastisch normales Spiel äh wütender Schrei bei normalem Spiel naja äh ja jetzt können wir nur noch das machen ok so das war's so mal sehen wie man das jetzt am besten wird das zusammenbekommen wenn wir das hier so machen können wir das noch dazwischen machen haben wir hier und das so und das zum feierabend ne so also zum schluss ja das war's ja läuft so machen wir hier ein bisschen was hinzu hier ein bisschen was hinzu und das war's ja schon naja ok rendern äh Interesse 68 mh hm komm wie bei mir zu schlecht der geht doch schon wieder kaputt äh Nein! Irgendwo reparieren. Die anderen beiden sind auswertig. Äh, dein Video anzeigen. Interesse 8 ist niemals 4. Äh, Sam. Sam ist gerade nicht da. Na okay. So, wir gehen dann erstmal schlafen. Sam. Da ist er. Der Video. Gut, okay. Auch hochladen. So. Ja, auch mal schlafen. Mehr Wetter, auch was essen. Auch wichtig. Sam macht dann einem noch eine Aufnahme. Auch von den neuen. Ähm. Ähm. Äh. Zwei. Äh. So. Wir wollten eigentlich was essen. Mhm. Mhm. So. Keiler macht das dann genauso. Äh. Äh. Ja. Ja. Wir können ja auch mal schauen. Der PC war ja glaube ich schon hier fast voll aufgerüstet. Oder war der jetzt voll aufgerüstet? Hm. Na, na, na. So. Gehäuse war ja schon. Gehäuse war ja schon. Tastatur war auch schon. Monitor. Oh. 15. Was? Retro. 1200 und Retro. 15 Zoll. Das ist da eigentlich stimmt. Naja. Pff. Naja hab ich eh. Webcam. Mikrofon. Kopfhörer. Boah. 410. Software hat man glaube ich auch schon, ne? Ja. 410. Ach was jetzt. Wir kaufen das. Ja. Zu einer Party. Mh. Wollen wir mal zu einer Party gehen? Äh. Wenn dann aber gleich. Wir müssen nämlich erst mal gehen. hier noch. Ein. Ja. Wir gehen mal hin zu einer Party. Na okay. Äh. Ist der? Mhm. Unser Kopf fehlt. Oh. Oh. Ach wir gehen einfach mal hin. Äh. Wo sind wir? Ja unser Kopf. Wir gehen ein bisschen neben uns aber ist egal. So. Schauen wir mal. Wo sind wir? Ach hier sind wir. Gut. Okay. Äh. Ja. Also die Musik habe ich ja ausgestellt. Deswegen hat man sich anders nicht. Wir können ja mal mit, mit, mit jemandem reden. Dann reden wir mal mit. Das ist India. dann reden wir mal mit. Äh. Äh. Hm. Wir könnten ja auch ein Interview machen. Hm. Ne, das geht hier nicht? Okay. Okay, na gut. Was könnten wir hier noch machen? Mit DJ kann man auch nicht reden. Das geht leider nicht. Trinken könnten wir auch nicht. Wollen wir mal mit ihm reden? Lamar. Ich wollte eigentlich mit Lamar reden. Achso, jetzt. So, da haben wir jetzt ein bisschen gequasselt. Und, ja. Da könnte man eigentlich wieder nach Hause gehen. Oder, äh, na wie gesagt, hier können wir nichts weiter machen. Oder? Nein, geht nicht. Okay. Äh, gut. Dann sagen wir mal, tschüss. So, ich gehe jetzt, genau. So. Oh, was haben wir denn hier? Ah, unser Kopfhörer. Ja, hat man ja noch. Willst du dich unterhalten? Äh, nein, erstmal nicht. So, Kalle, 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 da ist er ja. Zeigt der Video. Und hochladen. So, okay, gut. Ähm. Ja. So, machen wir jetzt mal weiter. Und zwar, äh, Kalle, seiner läuft noch. Da arbeitet noch der Computer. Sam macht mal ein normales Video. Und Arbeitsplatz 2. Fortsetzen. Kalle. Wir können mal ein Gemeinschaftsprojekt lauter machen. Das hier sogar dual. Sehr schön. Dann nehmen wir mal Arbeitsplatz 1. Äh, müssen wir den mal einstellen. Nehmen wir das hier. Närmenschutz kann man so lassen. Das kann man auch so lassen. Und, ja. Fortsetzen. So, auf geht's. Äh. Dann zur Grüße. Nehmen wir mal. Ist mal was anderes. Dann nehmen wir ein langer Kommentar. Dann nehmen wir... Feierlicher Schrei. Dann nehmen wir ein ernster Kommentar. Dann ein, äh, professioneller Kommentar. Jo. Ein lustiger Kommentar. Endlose Dialogszene. Nehmen wir... Fröhliche Äußerung. Okay. Äh, ja. Fröhliche Äußerung. Äh, dann nehmen wir... Ratschlag. Dann ein... Unlustiger. Machen wir das hier. Dann... Wann ist das hier? Äh... Wüthender Schrei. Wüthender Schrei. Singender Kritik. Heißer Kritik. Oh. Ja. Hm. Okay. So. Und ein... Outro mit Logo. Was? Auch nicht. Ah, jetzt hab ich nicht. Ja, okay. Kann hier auch mal passieren. So. Äh, ja. So, schauen wir mal. Wo ist denn der Anfang? Der Anfang? Da ist der Anfang. Äh. So, weiter. Machen wir mal hier. Dann machen wir... Äh. Müssen wir das dort so... Ja, der ist kaputt. Ist man klar, ist man klar. Müssen wir hier ein bisschen hoch. So. Info. Reparieren. Ja. Mann, Mann, Mann. Sam. Ist schon fertig. Okay. Hochladen. Gut. Und wir müssen noch warten, bis der Computer repariert ist. Dann kann man weitermachen. Der ist auch ziemlich oft kaputt, finde ich. So. Fangen wir nochmal von Neuen an. Wo ist denn jetzt der Anfang? Ja, ist der Anfang. Dann kommt... Tja, was kommt denn da? Also das ist der Schluss. Dann könnten wir... Das jetzt auch zum Schluss machen. Ups, so rum. Nicht anders. Von oben müsste... Oben haben wir auch oben. Hier ist was oben. Nehmen wir das hier so hin. Dann brauchen wir irgendwas für unten. Und hier ist hier auch nichts. Das ist nicht so gut. Oder... Wir nehmen das mal raus. Das mal raus. Weil ich habe hier gerade was entdeckt. Wir könnten das hier nehmen. Dann könnten wir das hier nehmen. Von unten. Das könnten wir dazwischen machen. Wir brauchen... Wir brauchen das hier genau andersrum. Nehmen wir das hier hinzu. Es fehlt zwar eins, aber... Ich denke mal, besser geht es nicht. Machen wir mal das rein. Dann haben wir das rein. Und vielleicht noch ein bisschen das. Mehr kann man nicht mehr. Gut. Ändern. Gut. Sehr schön. Ja, bevor schlagt da... Ach, wir machen das einfach mal. Akzept. Was? Nein, 100 noch was? Okay. Äh, Kino? Nein. Und? Okay. Machen wir das... Aha. Okay. Dann warten wir schneller. Oder... Ja. Wir können jetzt erstmal schnell schlafen. Und dann war es das Wetter für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann macht doch ein Like. Oder schreibt mir etwas in den Kommentaren. Oder abonniert mich, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Wartet mich freuen. Okay. Das war es das Wetter für heute. Bis denn dann. Ciao.